neue Kontakte mit Frauen aufbauen und vor allen Dingen als Ziel, eine Beziehung zu bekommen. Das beschäftigt dich aktuell, dann habe ich heute die Lösung für dich. In dem Moment, wo du Hobbys nachgehst, die zu 100% deiner Überzeugung und deinem Spaß, also deinem Verständnis von Spaß entsprechen, dann hast du den perfekten Grundstein gelegt, eine Frau kennenzulernen. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie es viele Teilnehmer von mir geschafft haben, genau auf diesem Wege eine Frau kennenzulernen, die zu 100% zu ihren Werten und zu ihrer Vorstellung, eine Beziehung zu führen, passt. Aber gehen wir mal ganz an den Anfang. Du wirst wahrscheinlich schon über verschiedene Wege Frauen kennengelernt haben. Vielleicht nutzt du Online-Dating, hast Tindle, Tindle, genau. Eine Kombination von Tinder und Hinge. Leute, wir sind real hier. Wir schneiden nicht einfach irgendwas raus. Du hast vielleicht schon Tinder oder Hinge runtergeladen. Du hast aber vielleicht auch schon im echten Leben Frauen kennengelernt, nämlich, dass du zum Beispiel auf Konzerte gegangen bist, Veranstaltungen oder abends in Club oder Bar schon Frauen mit deinen Kumpels zusammen angesprochen hast. Und das Ergebnis war wahrscheinlich ernüchternd, also immer wieder das Gleiche. Man hat Handynummern ausgetauscht, man war sich erst mal sympathisch. Und mit der Zeit ist dann entweder der Chat eingeschlafen. Du hast gemerkt, von ihrer Seite aus ist das Interesse nicht so da. Vielleicht hat sie gar nicht geantwortet, wenn ihr Nummern ausgetauscht habt. Und natürlich im Online-Dating, brauchen wir nicht drüber reden, war es zäh, die Matches blieben aus. Und du bist dann auch natürlich mitunter nicht immer dran geblieben, weil du gemerkt hast, Alter, es ist einfach vergeudete Zeit. Und so führt dich im Endeffekt genau dieses Ergebnis dazu, dass du dich fragst, kann ich überhaupt noch leicht und mit Spaß Frauen kennenlernen? Und zwar nicht einfach irgendeine Frau, die vielleicht gar nicht zu mir passt, sondern eine Frau, mit der ich wirklich merke, ich bin angekommen. Ich kann all meine Gedanken teilen. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss keine Rolle spielen. Und wir haben die Erfahrung gemacht bei unseren Teilnehmern in der Academy, dass das immer dann passiert, wenn die Teilnehmer voll und ganz sich wohl gefühlt haben und voll in ihrer Mitte waren. Und das war mitunter bei den Hobbys, die sie gerne machen, denen sie gerne nachdenken. Das kann Golf sein. Das kann ein Fahrradclub sein. Das kann irgendeine Aktivität sein, die du vielleicht sogar schon die ganze Zeit nimmst. Also das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass du da jetzt etwas Neues findest, sondern es kann ein Hobby sein, dem du schon seit Jahren nachgehst. Aber gewisse Verhaltensmuster von dir haben dazu geführt, dass du trotzdem noch keine Frau diesbezüglich kennengelernt hast. Und so ging es zum Beispiel auch einem Teilnehmer von mir, dem ich ein Kapitel in meinem Buch gewidmet habe. Du hast vielleicht mein erstes Buch, Die Kunst des Flirtens, gelesen. Und um das einfach mal grob zu skizzieren, war es bei ihm so, er war ein passionierter Fahrradfahrer. Er fand es richtig toll und hat sein Leben lang bei irgendwelchen Rallys mitgemacht, Fahrradtouren mitgemacht, hat selber sogar Führungen für den IDFC angeboten. Also war wirklich jemand, der im Fahrradsport sehr involviert war, hat auch so Reparaturservice angeboten. Also er hat das geliebt, alles rund ums Fahrrad. Und dann kam ich natürlich so mit dieser Idee um die Ecke, hey, darüber kann man noch Frauen kennenlernen. Und er sagt, aha, habe ich alles schon hinter mir. 15 Jahre im Fahrradsport, aktiv, überall in den verschiedensten Vereinen und ich habe nicht eine Frau kennengelernt. Und so geht es dir vielleicht auch gerade. Du hörst hier zu und sagst, ey, ich habe doch meine Hobbys, ich gehe doch auf Konzerte, ich habe doch tolle Aktivitäten. Ich habe da nie die richtige Frau kennengelernt. Also was ist es denn jetzt, die Strategie dahinter, die ich dir beibringen möchte, die dazu führt, dass plötzlich alles anders ist. Und bei meinem Teilnehmer war es genauso. Er hat gesagt, du lernst halt einfach beim Fahrradfahren, die sind älter oder das sind Pärchen, das sind dann ältere Frauen, für die interessiere ich mich nicht. Das hat alles keinen Zweck. Und wenn du jetzt mal bei deinem Hobby genauer hinschaust, frage ich dich, wie oft hast du denn im Zuge deines Hobbys etwas Neues gemacht? Also zum Beispiel dich bei einer anderen Tour angemeldet, dich bei einem Mädenspiel angemeldet, dich bei etwas mit eingebracht, macht, was du normalerweise nicht gemacht hast. Denn eins ist ganz klar, wenn du jetzt noch nicht da bist mit Frauen, wo du sein möchtest, dann gibt es einen entscheidenden Part, den du noch nicht genutzt hast, der der Grund ist, warum du bei deinem Hobby, wo du voll in deiner Mitte bist, noch keine Frau kennengelernt. Und das gilt es zu finden, denn dann hast du leichtes Spiel. Denn wenn dann was Neues in dein Leben tritt, eine neue Person oder es gibt tatsächlich neue Aktivitäten innerhalb deines Hobbys, es wird zum Beispiel eine neue Abteilung gegründet und so war es zum Beispiel bei ihm auch. Es wurde eine neue Abteilung gegründet und er hat gesagt, normalerweise sträubt er sich dafür, er hat auch keine Lust auf neue Mitglieder, die sind immer so unerfahren. Das hat er früher schon gemacht und das war ihm einfach zu anstrengen. Und ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, im Zuge von einfach mal machen, neue Dinge zulassen, go for it. Und er hat sich dort angemeldet und nach dem ersten Termin habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, hey, wie sieht es aus? Und er so, alles alte Säcke. Ja, er so, scheiße, keine Frauen, alles alte Säcke. Ich so, okay, was habt ihr denn besprochen? Worum ging es denn? Und dann hat er gesagt, ja, wir planen ein Sommerfest, aber ich habe früher so viel ehrenamtlich gemacht bei dem Verein, gar keinen Bock drauf, ich habe keine Lust, mich da einzubringen. Und ich so, wie hast du dich denn immer eingebracht? Naja, ich habe bei der Party ausgeschenkt. Ich so, okay, das heißt, du hast gearbeitet, während die anderen Party gemacht haben. Hat dir das denn Spaß gemacht? Warst du in dem Moment in deiner Mitte? Und er so, nee, ich habe gehasst. Ich so, okay, was hast du denn für eine Einstellung, wenn du was hast, wenn du gerade keinen Bock hast? Er so, ja, vermutlich eine Scheißeinstellung. Ich so, okay, was macht das mit deiner Ausstrahlung, wenn du gerade keine Lust hast? Ja, die Ausstrahlung ist wahrscheinlich aufs Minimum runtergefahren. Okay, und so war es auch. Ich so, okay, also, was macht dir denn Spaß? Wo kannst du dich denn einbringen, wo du in deiner Mitte bist? Wo du sagst, ey, da habe ich ein gutes Bauchgefühl, das finde ich gut. Er so, ich finde es cool, einfach vorher die Werbung zu machen, mich ein bisschen im Marketing einzubringen, weil es auch sein Beruf ist. Das heißt, er konnte da sein berufliches Know-how auch mit einbringen. Ich so, okay, warum machst du das nicht? Und er so, ja, vielleicht gefällt dir dann nicht der Flyer, den ich mache und vielleicht will das ja jemand anderes machen. Also, das heißt, wir hatten hier den Kern des Ganzen gefunden. Das war Thema Selbstkritik und Selbstbewusstsein. Also, das heißt, dass er in seinem tiefsten Innern nicht der Überzeugung nachgegangen ist, dass er was kann, dass er was einbringen kann, sondern er hat sich zuteilen lassen und hat dadurch aber immer eigentlich seine eigene Wahrheit verraten. Er hat eigentlich immer das gemacht, was andere ihm so, du schenkst jetzt Bier aus oder du kümmerst dich jetzt um die Würstchen. Du stellst dich an den Grill. Das heißt, er hat aus der Hand gegeben, also, das heißt, er hat entschieden, dass es nicht in seiner Macht liegt, was er da tut, wie er das einbringt. Und natürlich hat ihm das keinen Spaß gemacht und natürlich hat die Ausstrahlung enorm gelitten. Okay, also, was haben wir vereinbart? Er hat gesagt, er möchte sich gerne mehr einbringen, er möchte gerne aktiv am Marketing beteiligt sein, damit das Sommerfest zu einem vollen Erfolg wird. Und er hat die Flyer gestaltet, er hat sich mit diesem Komitee getroffen, er hat sich darum gekümmert und er hat mit jeder Woche gemerkt, wie viel Spaß ihm das gemacht hat und dass immer mehr Menschen ihm geschrieben haben, hey, wie cool, du bringst voll frischen Wind rein, man merkt richtig, wie sehr dir das Spaß macht und das hat ihm wiederum ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und, was ist passiert? Er ist durch die Straßen gegangen, um eben diese Flyer, die dann gedruckt wurden, aufzuhängen, ist in ein Bekleidungsgeschäft für Damen reingegangen und hat ganz locker, er war voll in seinem Element gefragt, hey, wir machen hier ein Sommerfest in der Stadt, das ist total cool, darf ich hier Werbung machen, darf ich Flyer auslegen beziehungsweise darf ich das ins Schaufenster hängen und schau doch einmal in die Augen von einer süßen Verkäuferin. Die strahlt ihn an und erzählt ihm, dass ihr Onkel auch in diesem Fahrradclub ist und was ist natürlich die Folge dessen gewesen, sie kamen ins Gespräch, sie haben sich gut verstanden, haben sich dann beim Sommerfest richtig kennengelernt, der Onkel hat sie dann nochmal offiziell vorgestellt und die beiden sind jetzt in einer glücklichen Beziehung und diese Geschichte wäre niemals zustande gekommen, hätten wir nicht eine gewisse Offenheit entwickelt und überlegt, wo bist du denn genau in deinem Element, wo bist du genau da, wo du hingehörst, wo du auch im Privaten dem nachgehst und das ausleben kannst, was dich ausmacht. Was ist dein Blick auf deine aktuelle Situation und glaubst du, dass du etwas aktuell zu deiner aktuellen Situation noch nicht entdecken kannst, weil du immer nur mit deiner Brille drauf schaust und vielleicht ist deine Brille aktuell sehr, sehr wertend oder sehr, sehr negativ. Du hast aktuell einen Negativfokus auf deine Situation. So wie in diesem Beispiel konnte ich schon hunderten Männern helfen, ihre wertende Brille auszuziehen, um natürlich eine Frau kennenzulernen, um in eine glückliche Beziehung zu kommen und dir kann ich dabei auch helfen. Um zu schauen, ob eine Zusammenarbeit mit mir Sinn macht, sollten wir am Telefon einmal deine Situation analysieren, den Link zur Anmeldung findest du unten in der Infobox. Das Telefonat ist unverbindlich und kostenlos und bietet uns einfach die Möglichkeit zu schauen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Wie immer freue ich mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wir hören und sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao ihr Lieben! Bis zum nächsten Mal.